Musik 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 66 Kilogramm wo es ganz ganz schnell wird. Hier kommt aus Ungarn zu euch Attila Pyrrindy Musik Sollte! Lass mich mal ein Blick auf den Leckhaubein oder so rein. Ist der Adler berührende schon bereit? Vielleicht hat irgendwer noch Schlimmbein schoner hier. Ich habe das ewige Thema Schlimmbein schoner. Schlimmbein schoner, Schlimmbein schoner. Seid ihr alles knappspurtig gemacht? Man hat doch immer Schlimmbein schon im Auto, oder? Technik. Und jetzt hier kommt, wenn es in die Kinder rein. Hier kommt, für Österreich, hier kommt aus Linz. Herr Magomed! Herr Magomed! Herr Magomed! Herr Magomed! Das- ihr halte! populations Ist dabeirdia und Locke Oui Kaukas Wir haben das jetzt geklärt, ich habe da jetzt ein Lachwort gesprochen, sage ich ganz ehrlich, jetzt wird das ohne Schimperdegeln kämpfen, weil das geht um es mir einfach zu. Wir haben MMA und nicht, Leuchtkontakt, weiß ich nicht. Okay. Säcke uns aus, bitte. Ringfrei zur ersten Runde, das ist Round One. Applaus Applaus Wauw, Peutel, Peutel. Wauw, Peutel. Komm mal, Komm schau. Come in in the middle. Komm schon. Der erste. Wauw, Peutel. hangen da Applaus 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 Wunderschönes Erfrischen, in der ersten Runde nach 1 Minute 46 Sekunden wusste der Refrain den Kampf unterbrechen. Sieger dieses Kampfes, er kommt aus den Swaggenberg. Wunderschönen Erfrischen, in der ersten Runde nach 1 Minute 46 Sekunden.